Die Erde wurde durch eine Umweltkatastrophe zerstört und wir kehren nun zurück und müssen ein Heilmittel finden. Der Clou dabei, wir sind mit einem Luftschiff unterwegs, welches als mobile Base dient, die wir Step by Step immer weiter ausbauen können. Vielen Dank an Far From Home für das Sponsoren des Videos. Ich bin 10 Stunden in dieses Spiel reingegangen und habe versucht eine Luftschiff Base zu bauen, die allen Widrigkeiten trotzt. Viel Spaß mit dem Video. Okay, und damit herzlich willkommen bei Quiver Skies. Wir suchen jetzt erstmal unser Luftschiff. Erste Hilfekasten nehmen. Nehme ich. Was haben wir hier? Gestörtes Signal. Niemand von uns weiß, was sich dort erwartet, aber wenn es eine Chance gibt, dass sie das Virus gefunden haben, dann können wir vielleicht überleben. Findet die Virenprobe um jeden Preis. Wir sind gekommen bei der Sorge des Signals. So, und damit herzlich willkommen auf der Erde, beziehungsweise was noch davon übrig ist. Also, der Plan ist, ich werde jetzt so 10 Stunden reingehen in das Game und das in einem Video vor euch zusammenfassen. Ähm, wir suchen jetzt erstmal unser Luftschiff und gucken mal, was da so geht, ne? Sieht aber ganz schick aus, das Game, muss ich sagen. Gesperrt, hier geht's nicht weiter. Hier sind Maschinenteile. Guck mal, was hier für komische Dinge rumfliegen, oder? Da auch überall irgendwelche Schrottteile. Altes Dosenwasser. Nehme ich, nehme ich hier alles mit. Weiter nach oben. Ihnen geht's nicht mehr so gut. So, das sieht doch gut aus hier, oder? Öffnen. Festkörperbatterie. Festkörperbatterie einsetzen. Kommen wir jetzt weiter hier? Ja. Sehr gut. So, okay. Wir haben jetzt aktuell zwei Dosenwasser, acht Maschinenteile und zwei Erstelfkasten. Oh, da ist es ja, das Ding. Niedlich. Wirklich noch sehr, sehr niedlich und sehr, sehr klein. Transformator. Fabrikator. Beendet den Bau des Luftschiffs. Okay. Wollen wir mal hier hin? Basisfabrikator. Uhuhuhuhu. Da haben wir einige Baubläne vorher geschaltet. Stelle den Deckextraktor her. Deckextraktor kostet fünf Maschinenteile und den Transformator. Okay. Platziere den Deckextraktor am äußeren Teil des Luftschiffs. Das wäre dann hier. So viel Platz ist ja nicht. So, mit R kann ich drehen. Ich würde den ja so platzieren. Ich glaube, das wäre schlau. Verwenden. Okay. Und so komme ich jetzt an die Ressourcen rein. Fünf synthetische Materialien haben wir bekommen. Ja, das erinnert mich an so einen Game, wo man auf einem Floß ist und so, wisst ihr? Entferne das Hindernis, das den Eingang zur Werkstatt blockiert. Das hier, meine die? Okay, dann muss ich das auf die andere Seite platzieren wahrscheinlich. So, und das hier müssen wir, glaube ich, frei rollen, ne? Ja, genau. Ich hoffe, wir kriegen irgendwann eine stärkere Kanone, die ein bisschen mehr Power hat. Gehen wir mal in die Werkstatt schnell rein. Hier haben wir noch mehr Batterien. Nehmen wir alle mit. Gibt es eine Gewichtsbegrenzung oder so? Sieht nicht so aus, was ich sehr angenehm finden würde. So, lesen. Bauplanforschung. Ich habe es geschafft, die Forschungsstation zu reparieren. Auf der Speicherkarte befinden sich noch ein paar alte Baupläne, aber am wichtigsten ist der Scanner. So, die will das hier von Forschungsstation nehmen. Und das jetzt im Schiff platzieren. Das ist so, kann ich jetzt einfach noch, ne? Ein so ein Kasten unten dran, ne? Äh, muss drin sein, okay. Moment, ich drehe das einmal. Und dann haue ich es hier hin. Unbedingt mehr Platz, aber. Wobei, in München wären das schon 1000 Euro Miete pro Monat, oder? Bei der Kurse? Setze die Batterie in die Forschungsstation ein. Okay, erforsche den Scanner. Werkzeug, Ladegerät, Fabrikator, Flicken, Maschinenteile, Scanner, leere Flasche. Wir brauchen den Scanner. Geh los. Okay, neuer Bauplan, Scanner. Stelle den Scanner her. Jetzt haben wir den hier. Aktualisiert die Datenbank, schaltet neue Studien in der Forschungsstation frei, die neue Baupläne für den Fabrikator erschließen können. So, wir brauchen 20 enttätige Materialien, ein Maschinenteil und eine Festkörperraterie. Alles klar. Los geht's. Prontieren completed. Okay, Scanner, ne. So, scanne die Umgebung, um Informationen in der Datenbank zu sammeln und neue Forschungen zu finden. Dann scannen wir mal. Let's go. Metallkomponente. Gut, das ist Leiche des Ingenieurs. Er war für den Betrieb und die Wartung der Ausrüstung zuständig. Sintierliches Fass. Uh, schaut mal, Schmutzwasser trinken. Schmutziger Wasserbehälter. Mit Staubpartikeln für unreinigtes Wasser. Schädlich. Wir brauchen eine Flasche, um das abzufüllen. Okay, das ist wieder ein großer Zufall. Schmutzwasser abfüllen. Ih, nur kurz drücken. So, meine Flasche scheint voll zu sein. Ne, drei von fünf. Wir hätten noch mehr Platz. Wir müssen das aber reinigen. So, hier ist noch mehr Wasser. So, mehr passt meine Flasche nicht rein. Okay. Ich versuche dann gleich mal noch eine Flasche herzustellen. Ich will mal eben gucken, kann ich jetzt hier die Sachen, kann ich auch abbauchen? Das geht auch. Metall habe ich bekommen. Synthetische Materialien. Köder in den Insektenfänger des Luftschiffs einlegen. Das ist der Köderbehälter. Einfache Insektenköder. Köder senken. E, gedrückt halten. Okay. Okay, schauen Sie in Kürze wieder nach, was Insektenfänger gefangen hat. Okay, mache ich. Köder anheben. Okay, wir haben das gefangen. Wir angeln nach Insekten. Let's go. Staubmotte. Nehmen oder konsumieren? Ich nehme es erst mal. Essen, was man gefangen hat. Okay, dann gönne ich mir jetzt. 15 Nahrung, minus 5 Wasser, minus 3 Gesundheit. Hydrationlevel ist aufgewässig. So, ja, wir brauchen irgendwas, um das Wasser zu reinigen. Okay, wenn die Dinger hier kommen, dann passiert erst mal nichts. Ja, forsche Motor und Kraftstoff. Dann gehen wir wieder zur Forschungsstation. Motor und Kraftstoff. Jetzt müssen wir das mal herstellen. Oder? Wasserkondensator. Uh, Wasseraufbereiter. Die machen wir dann gleich. Hier können wir auch ein Bett herstellen. Und hier ist der Motor. Geht los. Okay, so langsam raffe ich hier das System. Ah, so kann ich die Türste machen. Ich glaube, wir können gleich losfliegen, Leute. Zwei Stunden später, Motor ist fertig. Oh Gott, ey, wir haben halt kaum noch Platz. Aber es macht doch mal Sinn, wenn ich das hier hinmache. Cool. So, jetzt müssen wir noch Kraftstoff produzieren. Los geht's. Oh, Lagerkiste. So, Kraftstoff rein. Na gut, ich mach mal die Tür zu. Was ist das eng hier? Schiffsteuer. Geschwindigkeit SW. Kurs DA. Okay, das macht Sinn. Höhe ist Shift. Okay, ich drück Shift gerade. Aber es geht nicht höher. Max Höhe 230 Meter. Und so komm ich runter. Eintritt in Staubstich. Schaden an der Außenhülle. Okay, ich darf nicht zu weit rum. Und ich kann auch Geschwindigkeit fixieren. Gut. So, fliege zum Ursprung des einfachen Blinklichts. Da hinten ist ein Blinklicht. Das Ding ist, ich kann ja jetzt theoretisch R drücken. So. Huch. Ja, wir müssen was trinken. Und theoretisch kann ich doch jetzt hier Tür aufmachen. Und ein bisschen was einsammeln. Außer Weichheit. Außer Weichheit. Hier brauchen wir unbedingt eine bessere Kanone. Gut, dann sammle ich erstmal ein bisschen Stuff rein. Wir müssen jetzt erstmal irgendwie an Trinken rankommen. Also an sauberes Wasser. Wasseraufbereiter können wir herstellen. Okay, dann stellen wir erstmal dieses Reinigungsding her. Und ich sammle noch ein bisschen Ressourcen rein. Und das ging ja so schnell. So, haben wir da Modell? So, und wieder abziehen. Gut, die brauchen mehr Ressourcen. Wie weit ist denn das Signal noch weg? Da ist es ja schon da hinten. So, das ist die nächste Motte. Und der Wasseraufbereiter ist auch fertig. Ah, verstehe. Muss an der Wand platziert werden. So, Schmutzwasser hinzufügen. Das haben wir in unserer Flasche drin. Reinigung in Gange. Also, ich muss wirklich sagen, ich bin ein sehr großer Fan. Das nervt das Teil im Moment. Können wir da anheben? Ich bin ein sehr großer Fan so von diesen ganzen kleinen Animationen und wie das hier so umgesetzt ist und sowas mache ich gerne. So, wir müssen irgendwie die Staubbotten auch ordentlich machen. Hier ist ein Insektenfingerelektrokocher. Und das brauchen wir. Die Reinigung ist fast abgeschlossen. Flasche sauberes Wasser nehmen. Okay, wir haben sauberes Wasser, Leute. Und ich habe getrunken. Das ging schnell. Ah, wir sind noch nicht voll. So, und nochmal. Jetzt sind wir voll. Elektrokocher. Ja, warum nicht? Wird es halt noch voller hier. Der kommt direkt neben das Steuer. Ist er falsch rum? Ich glaube, ja. Die werden mal so rum. So, Kochstation verwenden. Jetzt haue ich hier einfach die Staubmutten rein. Wir brauchen noch Wasser. Ja. Okay, wir müssen mehr Flaschen herstellen, idealerweise. Geht das schon? Bett können wir auch schon mal machen. Übrigens, ich fliege gerade zu weit, oder? Oh, wir haben keinen Kraftstoff mehr. So, ja gut, das Bett. Ich mache es erst mal hier hin. Oh Gott. Na gut. Äh, wir müssen das dringend ausbauen, das Luftschiff. Aber ich muss jetzt erst mal zu diesem einfachen Blinklicht. Ich schaue nur schnell, ob ich noch eine Wasserflasche herstellen kann. Erstmal, wir brauchen erstmal Kraftstoff. Staubmutter ist gekocht. Können wir eigentlich direkt essen, ne? Oha, plus 40 Nahrung bringt das jetzt. Das ist viel, viel besser als wenn man die nicht kocht. So, verwenden. Okay, wir sind auch satt. Jetzt sind wir nur noch ein bisschen müde. Schlafen. Okay, dann legen wir uns auch noch schlafen. Haben wir ja schon viel erlebt heute. Zu dem blinkenden Licht können wir auch morgen machen. Wir sollen landen. Das könnte interessant werden. Noch ein bisschen nach oben. Und jetzt hier einfach nach unten. So, okay, das war ja eine gute Analyse. Die Präliminäre Analyse hat angefangen. Analyse hat eröffnet. Detektive neue Objekte, die anzuprobieren. Was ist das? Kaputte Basisturbine. Neue Forschung. Uh, wir können das Turbinen herstellen. Jetzt mal sagen. Elektrische Elemente. Schauen wir mal alles ein. Oh, ist schön, es hat aufgehört zu regnen. Er forschte den Luftschiffbauer. Uh, das klingt interessant. Ich will ein großes Luftschiff bauen, Leute. Die können wir auch mal scannen. Motten-Schwarm. Es ist so eng hier. So, ich mach mal noch schnell den Turm. Plastikmüll. Gut, mehr ist hier nicht. Darf ich runter springen ohne Falsch an? Ja. Sehr gut. Taschenlampe. Luftschiff bauen. So, dafür brauchen wir aber noch mehr synthetische Materialien. Okay, dann würde ich fast sagen, wir fliegen weiter. So, wir sollen jetzt zu einem doppelten Fliegenlicht. Okay, wir sind fast da. Stopp, 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 stopp. Schiff steuern. Okay. So, gut. Luftschiffschadenkollision. Okay, ich muss Schiff runter beschädigt. Ich muss landen ein bisschen entspannter machen. Oh, ich kann das abbauen. Das hat C-Metalle gebracht, das Teil. Es hat so ein bisschen komisch aus, wo wir es abgebaut haben, aber gut. Das ist so krass, wie überall noch irgendwas ist, ey. Glasbodendecke benötigt Luftschiffbauer. Oh, wir haben Glasbodendecke gelernt, Leute. Okay, probieren wir das mal aus. Wir müssen als erstes den Luftschiffbauer bauen, beziehungsweise erforschen. Ich hau mal hier Kraftstoff rein. So. Und jetzt hier. Luftschiffbauer. Wir haben jetzt alles. So, Wassergehalt nimmt ab, das ist kein Problem. Wir haben noch ein paar Dosen einstecken. Irgendwo. Da, altes Soßenwasser. So, Luftschiffbauer benötigt Fabrikator. Jo, den machen wir jetzt hier. Luftschiffbauer. Okay. So, ich glaube, wir haben ja alles. Ich würde schon mal nach oben fliegen wieder. Ach nee, halt, wartet mal. Lass mal das Schiff versuchen zu reparieren. Gesundheit 96%. Es lohnt sich ja gar nicht. Also hier vorne ist ein bisschen kaputt, aber da warte ich lieber noch, bis ich noch mehr kaputt mache. Ich glaube, das ist schlau. Moment, ist es jetzt fertig? Ich werde den kriege ich ja nicht mehr rein. Luftschiffbauer. Ah, das ist quasi ein Bauhammer. Also, als Waffe. Dann mache ich das mal auf die 2. Baumenü. Sehr cool. Kleines Cockpit. Raumleiterraum. Wir brauchen mehr synthetische Materialien. Let's go. Oh, Mann. Es ist so eng. Ich baue mir dann erst mal ein Schlafzimmer. Das hat ein bisschen was von... Wer von euch? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben? Kennt noch Moorhuhnjagd. Es geht so ein bisschen in die Richtung. So, Goodie. Stopp, stopp, stopp. Chillen. Sorry, theoretisch habe ich jetzt genug Stuff. Genau, Raumleiterraum. Kleines Cockpit. Dann würde ich erst mal einen Raum bauen. Kleine Verbindung zum Luftschiff. Hier kann ich hinsetzen. Sehr cool. Und gleich noch eins. Wie kostet das denn? Rechts unten sehe ich es. So, Baumenü. Leiterraum. Dann mache ich hier schon mal einen Leiterraum hin. Okay. Rechts oben haben wir Schiffsladung. 359 von 500. Also, wir haben aktuell auch eine maximale Größe, die wir erreichen dürfen nur. Und ich denke mal, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, dieses riesengroße Luftkissen. Ich denke mal, dass wir das irgendwann auch vergrößern können. Oder wir können auch mehr dran platzieren oder so. Das kann auch sein. Okay, cool. Wir haben endlich ein bisschen Platz. Heben wir mal hier ein bisschen die Sachen auf. Oder ziehen wir mal irgendwo, dass die nicht ständig im Weg sind. Okay. Jetzt ist es ein bisschen aufgeräumt. Oh, ich habe vergessen zu landen. Ich habe eine Idee. Verwenden. Okay, ich bin hier oben. So, baue eine neue Wand auf dem Luftschiff. Tür, Glas, Bodendecke. Ah, Steg. Okay, ich verstehe. Ich habe bisher hier nur das Skelett gebaut. So, Plastikwand. Okay, da warte ich erst mal hinter der Leiter hier zu machen. Wird es aber eigentlich Sinn machen, überall Wendeln zu platzieren? Oder wir machen hier deutlich breiter. Das wäre natürlich auch schlau. Wahrscheinlich würde ich es sogar eher so lösen, dass hier links und rechts wir das noch breiter machen. Oh, und dann sind so viele. Und ich komme nicht ran. Knallen wir dagegen? Oh, sieht gut aus. Oh, wir sind noch gegen geknallt. Oh, Trebstoff sind alle. Da hinten. Da. Seht ihr das? Ich denke mal, das ist ein doppeltes Blinklicht. Da müssen wir hin. Oh, sieht das cool aus jetzt hier. Ich muss hier unbedingt Wände reinbauen. Das ist ganz schön gefährlich gerade. Das sieht... Da ist ja nichts. So, können wir Wasserflaschen... Ah, hier, leere Flasche. Los geht's. Und Wasserkondensator würde ich auch schon mal bauen, dass wir Wasser gewinnen können. Und schau mal, die Sonne scheint. Sehr schön. Wasserkondensator nehmen. Jetzt würde ich mal schnell platzieren. Was ist da draußen hin? Ja, macht Sinn. Können wir... Kondensator und Membran hinzufügen. Da haben wir ja vorher einen aufgehoben. Okay, nochmal gucken, wie lange es dauert, bis wir da Wasser reinkriegen. So, und leere Flaschen herstellen. Davon brauchen wir ganz viele. Oh, das ging aber schnell. Ich mach gleich noch mehr. So, wie sieht's aus? Uh, das ist ja auch dreckig, das Wasser. Okay, wird gereinigt. So, und wenn wir jetzt hier mehr machen wollen... Genau, müssen wir jedes Mal so ein Kondensatomembran reinknallen. Ich verstehe. Können wir schon die Truhe herstellen? Ich glaube, die hatte ich schon... zumindest angefangen zu erforschen. Truhe ist immer sehr wichtig. Kleine Lagerkiste. Okay, läuft. Hey, das ist cool. Das kommt hier wirklich langsam so ein gewisser Flow auf, so, ne? Hier auch schnell noch alles einsammeln. Wir brauchen mehr. Okay, und Lagerkiste ist ready. Oh, lass mal hier hin. Jetzt bin ich ja gespannt, wie viel hier reinpasst. Die Faltstrom? Ja, ist nicht richtig, Mann. Ja, gut. Immerhin 9 Slots. Besser als nichts. Okay, das ist ein doppeltes Blinkrecht. Erforsche die Basisturbine und errichte sie am äußeren Teil des Luftschiffs. Wohl größer die Flughöhe des Luftschiffs. Die Wirkung vervielfacht sich mit zusätzlich gebauten Einheiten. Sehr cool. Reiner. Ja, brauchen wir auch, weil wir würden da gar nicht hochkommen aktuell. Wir sind auf der maximalen Höhe. Also wir können hier nirgendwo landen. Sieht für mich zumindest da noch aus. Also maximal da. Ne. Das sind so niedrig. Und höher geht nicht. Hier haben wir Motor. Wir machen erstmal Basisturbine. Damit wir höher kommen. Basisturbine nehmen. Okay, dann lass mich hin. Aber es soll irgendwie auch gut aussehen. Ich mach mal so hin. Oha. Okay, dann liefst natürlich ja gleich zwei. Aber wir probieren erstmal aus. Steuern. Und jetzt drücke ich Shift. Wuuuuh. Alter, wir kommen ja viel, viel höher. Okay, und wir kommen auf jeden Fall jetzt hier auf das Doppelsignal. Also ist schon relativ smart gemacht so. Aus Game Designsicht her ist das relativ schlau. Ich mach mal so ein bisschen zu doll. Uncharted-Area. The preliminary analysis started. Standard Windpark. Detektive new objects requiring scanning. Okay, alles klar. So, was haben wir denn hier Schönes? Kupfer. Okay, das müssen wir auch mit einem Deckextraktor abbauen. Was ist das? Kaputter Standortradar. Okay. So sieht unser Luftschiff jetzt übrigens aktuell aus vom Weiden. Alter. Das ist schon ganz schick. Nur das riesengroße Skelett hier unten dran. Da holen wir uns dann gleich mal kümmern. Moment, da hinten leuchtet's. Wir haben ja Kupfer, willkommen von dem Windrad. Und dann holen wir dich hier hin. Gut. Und dann sammeln wir erstmal das ganze Kupfer hier ein. Fussungsstation. Standortradar. Freischalten. Los geht's. Ey, wir haben übelst viele Sachen neu freigeschaltet. Taschenlampe haben wir hier auch. Kann man schon mal machen. Dann Regensammler und noch ganz viele andere Sachen. So, hier ist der Standortradar. Dafür brauchen wir noch eine Leiterplatte. Leiterplatte. Hm. Hauptplatine, Extraktor und Leiterplatte haben wir jetzt gelernt. Sehr gut. Hier ist noch was. Helium. Ballon vergrößern haben wir freigeschaltet. Ballonkern. Okay. Das klingt wirklich so, als wenn wir das vergrößern könnten. Nehmen wir nochmal Helium. Oh je. Oh. Alles gut, alles gut, alles gut. So, dann versuchen wir gleich mal den Ballon größer zu machen. Standortradar können wir auch schon mal herstellen. Aha. Okay, das ist cool. Hm. Ich glaube, ich würde den Testo erstmal hier oben hin platzieren, sodass er nicht so dolle im Weg ist. Okay, cool. So, jetzt sehen wir mal überall, wo die nächsten Signale sind. Hier sind sogar welche ganz, ganz weit weg. Sehr cool. Oh, ich wünsche, dass gäbe... Ja, ich bin halt übelst lang. Das ist das Problem. Guck dir mal, die Turbine hier, wie die aufgeht, wenn ich hier Gas gebe und so. Ich wünsche, dass gäbe eine Sir-Person-Option oder so. Ich kann das überhaupt noch nicht einschätzen, wie groß wir sind. Okay, wir haben nochmal fünf Kupfer, willkommen immerhin. Und nochmal fünf Kupfer. Das kostet übelst viel Metallschrott, das ist krass. So, aber so langsam kriegen wir hier ein bisschen Platz rein, was schon mal gut ist. Ich finde hier dieser Regen, das sieht voll cool aus. Schaut mal. Ich zoome mal ein bisschen ran. Ist schon schick, ne? Das ist, okay, das ist cool, dass dann die Gebäude einstürzen. Wie weit ist es noch? Neun Kilometer. Ah, hier sehen wir jetzt auch, wie wir fliegen. Das ist super angenehm. Kann ich nicht noch eine zweite Turbine herstellen? Geht das mal schon? Weil dann werden wir da deutlich schneller, oder? Basis-Turbine. Dafür brauchen wir fünf elektrische Elemente. Dann könnte es scheitern. Elektrische Elemente können wir aber herstellen. Dafür müssen wir aber noch mehr elektrische Elemente finden. Okay, alles klar. Ja gut, halte ich mal auf dem Schirm. So, wir sind gleich bei dem Fragezeichen. Das ist dort quasi. Oh, ein Sturm nähert sich. Okay, das ist der erste Sturm, den wir hier erleben. Auch wenn es jetzt schon stürmisch ist, aber bisher wurde das noch nicht gecallt. Was haben wir hier eigentlich noch? Ah, ein Regenwassersammler, wie passend. Weiter, es geht. Okay, hier müssen wir jetzt ja theoretisch immer Wasser reinkriegen, wenn es regnet. Habe ich noch Dreckwasser? Ja, habe ich noch am Start. Okay. Jetzt überlege ich nur. Wollen wir hier mal Wände reinsetzen? Ah, wir müssen in niedrige Flughöhe. Ja gut, aber wir sind relativ niedrig, glaube ich. So, ich würde mal eben die Wände reinsetzen. Baumenü. Wie geil ist das? Plastikwand. Krass wird das jetzt so dunkel. So. Hier ist überall zu. Hier könnten wir die Tür zumachen. Okay, jetzt fühle ich mich schon mal ein bisschen besser. I guess. Ich fühle mich deutlich besser. Oder wie viel Größe ist das einfach? Muss ich. Gewichtsgrenze erreicht. Uh, okay. Äh, aber wenn wir den Ballon größer machen, dann können wir da bestimmt mehr schleppen, oder? Ballonkern. Aber dafür brauchen wir Helium. Okay. Alter. Gut, ich sollte nicht draußen rumrennen. Ja, ja, ja. Wiegt denn so in der Wand auch was? Oder kann ich hier einfach platzieren? Die kann ich platzieren. So, jetzt regnet es hier auch nicht mehr rein. Und jetzt brauchen wir noch etwas in tödliche Materialien. So, kein Wurzel. Okay, ist alles zu. So, dann würde ich mal mein Bett aufheben. Jetzt machen wir jetzt hier hin. Ganz gemütlich wird das. Höchstgrenze erreicht. So, gut Leute, ich würde erstmal starten. Wir müssen unbedingt wieder ein bisschen angeln. Brauchen wir essen. Machen wir als nächstes zum Ausrufezeichen. Das nächste ist ein Kilometer jetzt westlich von uns. Und zwar genau dieser Kurs hier. Müssen wir mal aufpassen. Ich würde mal den Kurs erstmal so setzen, so dass wir nicht gegen die Gebäude knallen. Knall ich, wenn ich Autopilot mache. Und ich würde jetzt gleich mal versuchen, noch eine Turbine herzustellen. Dann noch da, da hier, Basisturbine. Dafür brauchen wir elektrische Elemente. Können wir die mittlerweile... Jo, können wir freischauen? Sehr gut. Also erforschen, dass wir das herstellen können. Ich wäre auch dafür, dass wir auf beiden Seiten so ein Extraktorteil haben. Also immer switchen nervt ein bisschen. Weil manchmal ist es auf der einen Seite mehr als auf der andere. Das ist das grüne Leuchten da hinten. Ich hoffe, wir kommen dann da schon hoch. So, guti. Wir müssten jetzt genau elektrische Elemente herstellen. Brauchen Kupfer und zentiert. Easy. Uh, wir müssen da hin, oder? Das ist sehr hoch. Und ich sehe auch nicht viel. Das ist sehr weit oben. So, und ich hätte gerne dann noch eine zweite Turbine. Also wir haben ungefähr 17 Kilometer und Stunde schaffen wir, ne? Schauen wir mal. 15, 16, ja, so 16 Kilometer per Stunde. Okay, gucken wir, wie schnell wir dann vielleicht sind. Ah, da war es lange. So, Turbine. Die müsste hier irgendwo sein. Taschenlampe. Uh, die können wir auch erstellen. Wollte ich mal schnell. Töte anheben. So, ich boah jetzt gleich noch ein zweites anheben. Ich hoffe, das passt irgendwie. Ah, nicht genug Auftrieb. Baumodus. Entfernen. So, jetzt sind wir bei 482. Also hier hätte ich schon gerne in der Wand, wo mein Bett ist. So, einfach, falls es gemütlicher ist. Und jetzt hoffe ich, dass ich das hier platzieren darf. Ja, sieht gut aus. Okay, machen wir direkt daneben. Jetzt können wir auch einen Köder reinhauen. Runde damit. Runde damit. Yeah. Sehr cool. So wird geangelt, Leute. Und jetzt hier, Kochstation, haben wir auch schon zwei. Überall Wasser drin. Sieht auch gut aus. Das heißt, wir können dann gleich ganz viel kochen. Wenn wir in sein Wasser kochen und direkt neben Steuerrufe, die sagt, oh, wie funny, aber. Als würde man sich dann immer noch schnell die 5-Minuten-Terrine machen, wenn man gerade unterwegs ist. So, ein Taschenlamm ist auch ready. Okay, cool. Die kann ich jetzt mit 11 Anwendungen ausmachen. Das ist schön. Also, ich muss wirklich sagen, das ist ein hübsches Spiel. Ey, das Game macht Bock, Leute. Finde ich. Finde ich cool. Okay, wir brauchen jetzt Polymer als nächstes und unbedingt die Energiekristall. So, ich versuche da jetzt mal da hoch zu kommen. Ich glaube aber fast, dass unser Schiff noch zu schwach auf der Brust ist. Also, unser Balance. Ich versuche mal so hoch wie möglich zu fliegen. Wir müssen ja ein Minimum die Höhe erreichen. So, und wir kommen nicht höher, als ich gerade bin. Also, ich habe die ganze Zeit Finger auf Schiff. Das heißt, wir müssen erstmal ringsherum. Wir müssen den Ballon vergrößern, wir müssen den erweitern. Ach ja, ich wollte jetzt hier noch eine Dingsbums, eine Turbine bauen. Motor. Aha, und Turbine. Vergrößere die Flughöhe des Luftschiffs. Wir könnten also auch mehr Turbinen bauen. Dann wird die Flughöhe erhöht. Der Ballon ist ja nur dafür da, dass wir mehr tragen können. So, kein Treibstoff mehr. Ey, wir müssen einfach nur mehr Turbine ansetzen. So, gut, als erstes machen wir den Motor. Sieht so cool aus, wenn hier die Sonne reinscheint, ey. Ich mag das. Warte, was lange. Moment. Turbine ist fertig. So, 15 Kilometer pro Stunde. So, wenn ich das Ding hier daneben platziere. 30 Kilometer pro Stunde. Bin doppelt schnell geworden. So, genau das mache ich immer mit dem auf der Seite auch, ey. Ich habe das mal auf. Hey, das ist voll geil, Leute. So, gut. Wir müssen jetzt vor allem den Auftrieb erstmal erhöhen. So, wir müssen ganz viele Vasisturbinen bauen. Das sieht so toll aus, oder? Das Licht und dann mit den Regentropfen und so. Das ist jetzt schon bestimmt zu dem anderen. Ich mich darüber freue. Aber ich finde es halt gut. Okay, theoretisch können wir jetzt... Genau, können Turbine erstellen. Man sieht, ob eine zweite ausreicht, damit wir da hochkommen. Aber ich hoffe, es gibt irgendwann Lampen oder so. Also, ja, ich habe hier meine Taschenlampe. Ist schön und gut. Aber irgendwie hier noch ein bisschen Licht wäre trotzdem toll. Zuschauererke klingt auch übelst geil. Aber wir müssen da erstmal brauchen und noch mehr Glas. Oh, schaut mal. Die Auftriebskraft wird um 400 erhöht, wenn wir das hier bauen. Das ist doch gar nicht so teuer eigentlich. Wir müssen nur... Helium haben wir eigentlich sogar genug. Maschinenteile, Kupf... Ey, das ist, glaube ich, gar nicht so schwer herzustellen. So. Ich würde diesmal so weit hinten wie möglich hier machen. Sehr geil. Und dann hebe ich das ja auch nochmal auf, weil ich bin ja vorhin der Symmetrie. 270... Ah, 20 Meter macht so ein Ding aus. Okay. Das ist auch nicht so ein Weg, wenn ich extra hier habe. Ja, das ist auch Symmetriech ungefähr. Sehr geil. So, meint ihr, das reicht schon? Also, wir müssen jetzt doppelt so schnell sein. Ich muss mal schauen. Wir müssen westlich von uns. Was ist das hier? Ja, genau. So, mal gucken, ob das 20 Meter jetzt reicht. So, da wir noch mehr Turbinen bauen müssen. So, Geschwindigkeit... 24, 25, 25. Jo, 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 jo. Nice. So, und Höhe? Höhe? Ich drück Shift. Wo sehe ich denn die Höhe der 200? Uh, das müsste ausreichen. Wir kommen 270 jetzt auf jeden Fall. Ja, easy. Also, oder? Nee, also easy nicht, aber gerade so, oder? Ja, also meiner Meinung nach raut das... ...hin. Hoho. Gerade so. Okay, und landen. Diese Deuten. Ich hab schon wieder Schafe gefunden. Es droht eine Dorf, die Immunschwäche. Das ist aber auch nicht so cool. So, ich trinke mal eben was. Sind die gekocht? Ja. So, und das sieht auch gut aus. Dann leg ich mich nochmal ganz kurz schlafen. Kleiner Nap. Na doch, so ein bisschen schöner ist es jetzt geworden. Morgen! So, okay. Dann schauen wir mal, was uns jetzt hier erwartet. Übrigens, unser Schiff sieht jetzt so aus. Was meinen wir? Wie groß kann man den Ballon machen? Äh, Epoxid. Automatische Insektenfänger und große Flasche. Polymer. Sehr geil. Das braucht ein 4. Ich hab schon wieder vergessen, für was, aber für irgendwas Wichtiges. Das ist alles voll mit Polymer. Aber ich verstehe es gar nicht, weil wir sind gar keine Pinguine. Was ist das hier? Oh, das sind bestimmt diese Melonen. Dafür brauchen wir das Messer. Yo, das Messer brauchte ich nicht als Polymer für das Messer? War das nicht irgendwie so? Hier brauchen wir noch das Messer für. Ich kann das übrigens kennen. Das ist eine Kaffeenuss. Gut, ey, ich mach mal eben mein Schiff, also das Messer herzustellen. Was ist das da hinten? Kaputte Verbesserungsstation wird verwendet, um Geräte-Upgrade zu erstellen, verbessert die Funktionalität und Effizienz. Das klingt ja geil. Armbrust und Bolzen. Oho, schieß Bolzen. Äh, jo. Ich würde erst mal das Messer machen. Genau, dafür braucht man Polymer. Und im Anschluss machen wir das mit dem Armbrust und Bolzen. Können wir uns dann sogar verteidigen. Bisher wurden wir zwar noch nicht attackt, aber jo. Oh, große Flasche. Können wir auch schon mal lernen. Das ist relativ einfach. So, Messer herzustellen. Armbrust und Bolzen. Wann dich schon mal an? Wir haben ein Messer, Leute. Das ist offiziell. Wollen wir mal hier hin. Das kann ich hier hin und das Spouting werde ich ganz ans Ende setzen. Armbrust. Und wir müssen noch Armbrust und Bolzen herzustellen. Oh, hier kriege ich aber einiges an Glas. Ja, gut, dass auch ein Gewächshaus macht Sinn, ne? Okay, ich mache eben Armbrust, weil ich noch was zum Schießen habe. Gut, fünf Schuss haben wir. Was kostet denn hier Armbrust und Bolzen? Nicht so viel, ich mache noch ein paar mehr. Ich glaube trotzdem, so 20 Meter mehr Auftrieb würde noch mal einiges ausmachen. Das wiegt auch nur 15. Also, müssen wir jetzt mal überlegen, wo wir das heransetzen. Vielleicht treten wir das hier nochmal auf. Ich mache mal so. Äh, uh, da ist er. Mal schauen, ob wir die jetzt hier noch irgendwie... Also, ich könnte sie so platzieren. Okay. Wir kommen jetzt 290 Meter hoch. Ich will unbedingt eine große Wasserflasche. Dafür brauchen wir eine kleine Wasserflasche, Lea und Polymer. Wo soll ich das denn? Das wird jetzt erstmal unsere Wasserflasche. Das sind so bestimmt Melonen, oder? Grüne Kulande. Essbar. Filtert Wasser aus der Duft. Vor dem Trinken sollte es abgekocht werden. Poster. Uh, hier ist ein Poster. Moment, kann ich das dann aufhängen? So, ich hoffe, ich kann das aufhängen. Ja, ich habe das jetzt unten in der Kriegsratleiste. Oh, das ist schön. Darf ich das auch aufhängen? Das ist das gut, Mann. Voll schön, ey. Ich will ein Gewächshaus machen. Das geht bestimmt auch irgendwie. Schön, oder? Was sagt ihr? Jetzt will ich aber irgendwo auf Pflanzen platzieren können. Zuschauer-Ecke. Das ist cool. Das ist jetzt klar, ne? Also, ich... Ja, das passiert jetzt, glaube ich. Okay. So, und theoretisch geht es hier aber noch lang. Witzig. Auf jeden Fall ist es hier ein bisschen freundlicher, was ich schon mal gut finde, auch wenn das jetzt von der Form nicht passt. Glasboden. Oh Gott. Aber das ist eigentlich ganz geil hier vorne, damit ich mehr sehe. Ja, das ist richtig gut sogar. Gut, und jetzt würde ich unseren Ballon gerne verbessern. So, und dafür brauchen wir Helium. Äh, wie Helium haben wir vorhin gefunden, bei den Doppelsignalen, ne? Also da, wo die Windräder sind, wo Kupfer war und so. Ich würde da einfach mal hinfliegen. Das muss man mal schauen, das nächste Ausdruck zu bezeichnen haben wir in der Richtung. Das ist gar nicht so weit weg, tatsächlich. Man sieht hier auch, wir haben hier überall verschiedene Symbole. Und da, wo das Fragezeichen ist, da können wir bestimmt mal Sachen entdecken. Wir brauchen halt unbedingt diesen Kristall, damit wir mobil Sachen extrahieren können. Das ist ja super nützlich. Ja, ist aber voll gut, dass wir jetzt hier unten auch was sehen. Dafür werden wir eigentlich keine Höhenangst haben. Guck mal, wie weit oben wir sind. Ist das nicht cool? Ich stelle mir das voll cool vor, wenn man dann irgendwie so 100 Kilometer pro Stunde schafft oder so. Ich habe diesmal keinen Schaden bekommen, will ich noch anmerken. Leiterplatte, Leiterplatte, Helium. Oh, ein Poster. Oh, das ist so cool, ey. Riesenfan von sowas. Ja, gut, wir müssen mal ums Schiff. Ich glaube, so viel ist hier auch gar nicht mehr. So, Tür zu. Uh. Wir müssen weiter runter. Wir sind so weit oben. Lufthöhe aktuell 240. Ich weiß gar nicht, was die niedrigste Höhe ist, die ich machen sollte. Okay, äh, so 220 ist glaube ich gut, oder? Hoffe ich. 0% Gesundheit, wirklich? Hm. Ich reparier mal. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das sieht auch alles gut aus. Unser Motor war beschädigt. Okay. So, und wir müssen präumtieren setzen. Hier stört's bestimmt überhaupt nicht. So, also welche Höhe haben wir denn jetzt? Hier müssen wir uns mal mehr, so 220 Meter ist anscheinend gut. Ich weiß nicht, ob's auch was bringen würde, wenn wir uns irgendwie unterstellen würden hier unter so einer Plattform. Das weiß ich nicht. Das passt. Hier müssen wir noch reparieren. Krass, das ist echt ganz schön kaputt gegangen, das Stuff. Das Game hat eine ganz schön coole Atmosphäre, muss ich sagen. Ich mach mal hier hin. Vielleicht findet man da ja irgendwie Helium. Keine Ahnung. Oh, hier ist ein Gegner. Was ist da oben? Okay, das war ein bisschen komisch. Ne, 20 Nahrung, 20 Energie. War jetzt nämlich so der krasse Gegner. Ah, hier. Nice, okay. Sehr gut. Ich glaube, jetzt haben wir genügend, um unser Luftschiff Ballon zu verbessern. Ballon fern. Können wir herstellen. Was geht's? So haben wir erforscht. Und dann haben wir das hier. Also, wir haben jetzt die weizlichen Ballon vergrößern. So kriegen wir nochmal Kapazität plus 400. Und Ballonkern, also einen zweiten hinzufügen. Und so geben wir 500. Wir verbrauchen für beides Helium. Also, wir müssen jetzt erstmal Helium grinden. Damit wir das hier größer machen können. Also, eigentlich müssen wir jetzt den Ballon größer machen, als auch noch einen zweiten ran setzen. Wobei, zweite ran setzen, könnte ich mir vorstellen. Müssen wir das Schiff erstmal irgendwie mehr in die Breite bauen oder so. Wir sind ganz schön schnell mittlerweile. Da wo ein Helium ist, ist meist noch mehr Helium. Ja, hier ist er gut. Da ist auch was. Richtig doof platziert. Aber kein Problem, ich bin ein guter Gamer. Okay, wir können den Ballon vergrößern, wenn wir wollen. Ich muss jetzt auf den Ballon gucken. Ah, nee, wir haben zwei. Ich mach mal vorne größer. Okay, jetzt hab ich den nach vorne vergrößern. Okay, ich verstehe. Witzig. So, jetzt wollen wir mehr Helium, wenn wir das nochmal machen wollen. So, und wenn ich jetzt Baumodus mache. Yo, 400 mehr Platz. Sehr, sehr krass. Okay, jetzt können wir halt über das Turbine und so ran setzen. So, von außen sieht unser Schiff jetzt... Oh, Mann. Sieht jetzt so aus. Uh, es geht jetzt ab. Steig herab in mein neugeborenes Königreich. Okay. Dazu muss ich sagen, Leute. Ich spiele jetzt eine Woche später als die letzte Szene. Und es kam jetzt ein riesengroßes Update. Also ein riesengroßes Update. Jetzt kann man irgendwie auch einen Garten bauen und so. Also Pflanzen an Pflanzen im Luftschiff und sowas. Ähm, wir schauen gleich mal. Haben wir denn irgendwelche neuen Rezepte gelernt? Pflanzenöl. Ah, schaut mal hier. Schwefeldünger. Dünger, der das Pflanzenwachstum beschleunigt. Das ist zum Beispiel neu. Dafür brauchen wir Biomasse. Hä, Staubsalat? Das ist neu. Wir haben gar keine Motten bekommen. Anbau kleiner Samen. Muss in einem kleinen Pflanzentopf angepflanzt werden. Huuuuh. Uh, das sieht neu. Au. Au. Oh nein, die haben nicht gestochen, ne? Virusinfektion festgestellt. Hirnhautentzündung haben wir. Heile pilzbedingte Hirnhautentzündung. Müssen wir Medikamente erstellen. So, was ist das? Kaputter großer Pflanzentopf. Nice. Okay, wir können den Pflanzentopf herstellen. Und das hier? Mehr fingerige Rapsblüte. Okay, können wir mit dem Messer abbauen. Kann ich das kaputt schießen? Donnbienenhonig. Oh Mann, jetzt habe ich eine Hirnhautentzündung deswegen. Nehmen. Mal Taschenlampe an. Hier steht es auch. Ermöglicht den Anbau von langlebigen Pflanzen und Sträuchern. Okay, das probieren wir dann gleich aus. Da bauen wir unser Schiff ein bisschen aus. Und dann pflanzen wir Sachen an. Dieses Gärtnersystem soll ziemlich deep sein. Also sehr, sehr umfangreich. Da bin ich sehr gespannt drauf. Uh, das sieht schön aus, das Poster. Das hätte ich gerne. Tintenknollensamen. Uh, okay, das hätte ich auch gerne. Datenkarte. Railing Frame. Okay, wir können jetzt einen Zaun bauen, wie es aussieht. Okay, das freut mich. Ich bin ja ein großer Zaun-Fan. So, gut. Wir sind voll. Wir machen uns zurück ins Schiff. Okay, das hat sich sehr gelohnt hier. Ah, hier ein großer Pflanzentopf. Schaut mal. Biomasse-Treibstoff. Er vorstelle den Gehirnreiniger. Ach da, da ist er. Dafür brauchen wir aber grüner Kolander. Das haben wir nicht. So, ich würde jetzt erstmal diesen Pflanzentopf herstellen. Das Problem ist, wir haben keinen Platz mehr. Ich hebe mal eben ab. Aber ich würde mal die Häuser hier abbauen, weil ich glaube, da kriegen wir viele Metalle raus. Die Richtung hier halten. Wenn wir Metalle wollen, dann auf Hochhäuser gehen. Das ist cool. Ich habe eine Angst, dass ich gerade über Gegenknalle. Ich sollte mal da reingehen. Schaut mal, wie cool der Regen aussieht, ey. Hier ist übrigens der große Pflanzentopf. Den würde ich auch schon mal erforschen. So, dafür brauchen wir aber eventuell ein bisschen mehr Platz in unserem Schiff, oder? Aber was meint ihr? Wir haben einen Samen bekommen für Raps. Okay. Freu gesagt, weiter nach oben. Moment. Was ist das? Small Gardening Pot? Ja stimmt, wir hatten ja vorhin den großen freigeschaltet. Jetzt haben wir noch den kleinen. Alles, was wir brauchen, sind Samen, ein bisschen Wasser und ein bisschen Zeit. Dann brauchen wir noch Dünger und dann würden die sogar noch schneller wachsen, die Pflanzen. Okay, ja, ja, das will ich jetzt ja gleich machen. Uh, was haben wir hier? Patat. Essbar. Nahhaft zum Rohverzehr jedoch abzuraten. Ey, ich mache jetzt den übelsten Riesengarten. Gardening Pot Small. Let's go. Was kostet der jetzt? Wir können den herstellen. Oh, wir brauchen verdoppelndes Essen dafür. Und ich habe das immer aufgehoben. Das ist perfekt, Leute. So, sehr gut, dass das auch einen Nutzen hat. Dann lasst mal einen herstellen. Ich will mir das immer jedem anschauen. Kleiner Pflanzentopf nehmen. Okay, der ist da klein. Oh, wir können die auch an die Wand bauen. Wir können das sogar oben hin bauen. Das würde ich, glaube ich, tatsächlich mal probieren, I guess. Ich mache das mal übers Bett. Machen wir hier hin. So, jetzt müssen wir Wasser hinzufügen. Hier habe ich Sonnenmelonsamen. Ah, Sonnenmelonsamen ist ein großer Samen. Wir müssen hier einen kleinen Samen reinhauen. Moment, ich habe auf jeden Fall kleine Samen da. Tintenknollensamen habe ich da. Und Rapssamen habe ich da. Tintenknollensamen. So, ich hole mal hier noch einen Hängen. Hier haben wir Tintenknollensamen drinne. Würde ich schon mal pflanzen. Und hier würde ich Samen des Merfingrekenrapses reinhauen. Pflanzen. So, jetzt ist auch Wasser drinne. Mal gucken, hier muss ich das sogar schon ganz klein wenig. Okay, alles klar. Ich bin gespannt. So, und dann konnten wir was mit den Melonen machen. Schwefeldünger. Hier ist auch der Dünger. Oh, ich bin doof. Kann ich den noch reinhauen? Ne, okay. Okay, naja, gut neun Minuten muss ich jetzt warten. Aber merke ich mir. Ja, Vorschlag erst mal. Aber bevor wir jetzt Dünger herstellen können, brauchen wir noch die Destillerieanlage. Ist das schon ausgewachsen? Das hier ist fertig. Nehmen. 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 Hier können wir eine ölige Flüssigkeit produzieren. Nützt nicht bei der Herstellung von Ressourcen. So, dann platzieren wir hier noch einen Pflanzentopf. Oh Gott, oh. So, Tintenknolle ist ausgewachsen. Früchte mit dickflüssigem, bunten Saft, die möglicherweise als Grundlage für Farbe verwendet werden können. Das ist ja interessant. So, ich hätte jetzt gerne hier diese Patatpflanzen mal. So, Wasser hinzufügen. Und pflanzen. So, drei Minuten dauert das. Das geht schnell. Hier auch noch pflanzen. Und hier auch pflanzen. Mal sehen, was das bringt. Theoretisch müssten wir ja dann einfach mehr bekommen. Ich habe jetzt jeweils eine reingehauen. Am Ende gibt man dann drei wahrscheinlich. So, und es regnet sehr gut. Das heißt, wir kriegen jetzt wieder Schmutzwasser. Ist das ausgewachsen? Das sind wir zwei bekommen. Ich würde die jetzt mal braten. Also, nicht braten, kochen. Und gucken, wie nahhaft die dann sind. Schauen wir mal. Jetzt bin ich immer gespannt, was das bringt. 25 Nahrung, das ist ganz schön gut. Gönn dir. Okay, jetzt müssen wir nur noch beobachten, ob hier die Pflanzen irgendwann vergammeln oder nicht. Weil wenn die nicht vergammeln, wäre cool. Weil so hätte man immer einen schönen Nahrungsvorrat. Und ich müsste nicht mehr ständig nach den Insekten angeln. Ey, was halt echt nervig ist. Okay, das ist schon mal ein kleiner Fortschritt. Nächstes Target, Luftschiff größer machen. Und ein riesengroßes Gewächs ausbauen. Das hätte auch seine Vorteile. Aber wir brauchen mehr Platz. Sehr gut. Sehr gut. Okay, hier muss ich erst das entfernen davor. Ah, das geht. Okay, cool. So langsam kriegt man doch hier ein bisschen Platz rein. Sehr geil. Okay, ja, also es sieht gerade ein bisschen aus wie Umzug. Ganz in Kartons. Weil ich bin gerade dabei, hier alles irgendwie ordentlich zu organisieren und aufzubauen und so. Und den Platz dann zu nutzen. Sieht jetzt erstmal so hier aus. Wir haben jetzt hier einen 3x3 Raum. Hier ist die private Ecke. Hier habe ich auch neben dem Bett meine ganzen Plakate oder Poster erstmal reingetan. Die hängen wir dann auf, sobald wir in der Wand haben. Hier ist die Forschungsstation, Fabrikator. Hier kommen dann die ganzen Sachen rein, die wir hier ständig zum Herstellen brauchen. Und hier ist die Essensecke. Koststation. Hier pflanzen wir das Essen an. Und hier ist alles drin, was irgendwie mit Pflanzen zu tun hat oder mit Essen. So, goodie. Wir brauchen unbedingt hier noch Wände, weil wenn es gewittert, glaube ich, dass hier alles kaputt geht. Deswegen 10. Und wir sind live dabei, wie das Gebäude einstürzt, was sehr, sehr cool ist. Aber mehr ist hier nicht. Ich meine, das ist meine Schlafecke hier. Sieht schön aus, oder? Manche. Ich bin auch ein bisschen am überlegen, ob es nicht schlauer wäre, dieses Teil irgendwie ganz vorne zu platzieren, sodass wir in der Regel nach vorne schauen. Da müsste ich nicht immer Angst haben, dass ich irgendwo gegenfliege oder so. Das wäre eigentlich ganz cool, oder? Schirm mal bitte. Da unten sieht es mehr nach Helium aus oder so. Mal schauen. Wartet mal, wie können wir uns jetzt unser Schiff angucken? Von außen. Oh nein. Also das ist das Luftkissen. Unser Luftschiff geht so hier. Ich wollte schon sagen. Genau. Jetzt hier lieber. Sehr gut. Dann können wir unser Luftkissen bei einer Kurser machen. Das ist doch super. Ich glaube, wir müssen da hin, wo dieses Runde Ding ist. Ja, das sieht so aus. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir so richtig die Sonne sehen da hinten. Oder dass es mir auffällt. Sagen wir es mal so. Okay, wir sind gleich da. Ich weiß noch nicht, ob wir die Höhe schon erreichen. Ansonsten müssen wir noch ein bisschen Antrieb bauen. Also Turbinen. Also wir haben jetzt eine Höhe. Aber wobei, wir kommen noch höher. 265. 270. 280. Also es fehlt nicht viel. Wir brauchen theoretisch noch eine Turbine. Die ist aber auch beschädigt sich gerade. Repariert an die anderen komme ich nicht an. Kommen wir jetzt höher? Yo. Krass, wie viel das ausmacht, ey. Okay, 290. Das reicht aber exakt aus eigentlich. Jetzt bin ich ja mal gespannt, oder? Ganz vorsichtig. Steige in den Underdust hinab. Ist ein bisschen deformiert aktuell, oder? Also ich glaube, wir müssen das vielleicht noch ein bisschen nach vorne bauen. Und da müssen wir mal gucken. Das Luftkissen, da geht halt nach vorne. Und das unten, der Torso, der geht halt nach hinten. Deswegen sieht das gerade ein bisschen komisch aus. Aber ich mag mein Luftschiff trotzdem gerne. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, sind das größere Truhen? Bitte. Alte Lagerkiste. Die haben aber auch nur 8 Slots. Okay, benutzen. Ja, das geht übelst weit runter. Okay, wir sind jetzt richtig weit unten. Oh, sind das Kristalle? Ja, Energiekristall, den brauchen wir. Dann können wir endlich dieses mobile Abbauwerkzeug bauen. Uff. Das ist doch 100. Okay. Muss ich immer wieder schnell machen, ne? Energiekristall, Hammer. Sauerstoff-Nachführstation. Oh, das ist interessant. Krass, was geht hier ab? Hier unten. Hier ist nochmal ein Kristall, oder? Ja, sehr gut. Ich folge dem Pfeilen. Okay. Okay, okay, okay. Einfach dem Pfeilen folgen. Das ist unangenehm. Da ist er, Extraktor. Energiekristall rein. Bup. Werkzeug, Werkzeuge, Extractor. Let's go. Printing completed. So, ich räume mein Impfleben noch schnell auf, und dann machen wir wieder runter. Ah, warte mal, jetzt kann ich auch die Dinger hier abbauen, ne? Boah, das ist angenehm, Leute. Das ist super. Sauerstoff-Nachführstation. Sauerstoff ist nie leer. Okay. Ich glaube, ich muss jetzt ganz schnell zurück. Begib dich zum Tunnel unter dem Staub. Was ist, wenn ich jetzt hier hochgehe? Ist hier irgendwas, was mich rettet? Ja. Ähm. Ja, gut, ich sterbe jetzt hier. Und keine Sorge, das Spiel ist nicht zu Ende, wenn ihr sterbt, aber es ist ein gutes Ende für das Video. Ihr könnt dort unten übrigens auch unendlich Sauerstoff haben, aber ich möchte euch jetzt nicht alles vorkauen. Und genauso habe ich meine ersten 10 Stunden wirklich nur angekratzt, was mit dem Luftschiff als auch mit eurer Ausrüstung möglich ist. Theoretisch könnt ihr euer Luftschiff wirklich riesig und super schnell machen, es euch gemütlich einrichten und seit dem großen Update beispielsweise ein riesiges Gewächshaus bauen. Meiner Meinung nach ist die Atmosphäre in dem Game auf jeden Fall großartig und der Regen sieht super aus. Also wenn ihr von euch gerne erkundet oder Spaß am Ressourcenfarm hat und dabei gerne was Cooles aufbaut, für den könnte das vielleicht was sein. Ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr den Link, wo ihr Forever Skies abchecken könnt. Und joa, wenn euch das kleine Angespielt von mir zu dem Spiel gefallen hat, denkt bitte an den Support. Jeder Daumen und Kommentar hilft wirklich weiter. Und lasst die Entwickler und mich in den Kommentaren gerne mal wissen, was ihr so von dem Spiel haltet. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, euer Bi.